Amerikanische und britische Agenten können in Deutschland fast ungestört wirken. Recherchen zeigen, dass die Bundesregierung die amerikanischen Geheimdienste größtenteils gewähren lässt, ohne ihre Aktivitäten zu hinterfragen. Einer der Journalisten, der von Anfang an an den Recherchen beteiligt war, ist John Götz. Das faszinierende ist, dass gerade die amerikanischen Geheimdienste wahnsinnig offen sind in zum Beispiel irgendwas wie LinkedIn. Also die listen immer, wo die da gearbeitet haben, erzählen, was für tolle Sachen die gemacht haben. Und da ist immer eigentlich die Möglichkeit, denen E-Mail zu schicken. Also mindestens hat man von den Profilen, wenn man weiß, wer die Leute sind, ist man erstmal mit der halben Miete schon fertig. Und LinkedIn ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es sehr hilfreich ist. Datenbank-Recherchen, Hintergrundgespräche und Interviews. Bei der investigativen Recherche stoßen die Journalisten auf Unterschiede, was die Redebereitschaft ihrer Gesprächspartner betrifft. Der Unterschied mit amerikanischen Geheimdiensten und deutschen Geheimdiensten ist, dass die Amerikaner ändern ihre Stellen sehr häufig. Die haben nicht lebenslängliche Positionen. Und wenn die schon erstmal aufhören, sind die häufig, also wenn die da in die Privatwirtschaft gehen, sind die häufig gesprächiger als bei den Deutschen, wo die da sozusagen von 22 bis 67 bei einer Position bleiben. Man hat auch einen faszinierenden Unterschied, dass in Deutschland, man darf nur darüber reden, wo man eine Aussagegenehmigung hat oder eine Gesprächsgenehmigung, die explizit genannt wird. In den USA ist es, man darf eigentlich über alles reden, es sei denn, was explizit verboten ist. Zu der Rolle, die Deutschland im Geheimkrieg der USA spielt, hat sich die Bundesregierung bislang nicht geäußert. Dabei gibt es Erklärungsbedarf. Die Bundesregierung hat bisher gesagt, also die werden die Berichterstattung angucken. Also die amerikanische Botschaft hat gesagt, dass die USA nicht gefoltert oder gekidnappt haben. Und ich meine, das ist so einfach ein krasser Gegensatz, so was Obama selber mal zugegeben hat, dass Waterboarding eigentlich Folter ist. Und wie gesagt, die Bundesregierung wartet ab, bis die Berichterstattung vorbei ist und dann, glaube ich, wollen sie sich dazu äußern. Den NSA-Whistleblower Edward Snowden in Deutschland aufzunehmen, kommt für die Bundesregierung bislang nicht in Frage. Dabei erfährt der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter in Deutschland sehr viel Bewunderung. Der gebürtige Amerikaner John Götz erklärt, was die amerikanische Bevölkerung von Snowden hält. Snowden ist in den USA ganz wichtig. Also man sieht einfach, dass schon jetzt fast eine Mehrheit der Amerikaner Snowden als positive Figur bewerten. Im Allgemeinen ist Deutschland nicht so bedeutend auf der Tagesordnung. Ich sage mal jetzt flapsig, also Deutschland ist im Prinzip das Land in der Nähe von Albanien. Also es ist nicht so, sozusagen da wird groß Deutschland auf der Tagesordnung jeden Morgen. Also da denken die nicht so viel darüber. Alle weiteren Artikel zum Rechercheprojekt finden Sie unter sz.de slash geheimer Krieg.